Norddeutscher Rundfunk 2021 Die Lübecker Fantribüne, echte Fußball-Romantik. Nur leider auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber trotzdem immer tolle Stimmung auf der Fantribüne. Stimmung ist wichtig, ist auch für die Fußballspieler wichtig. Dass wir sie ein bisschen anfeuern. Da ist ein anderes Feeling, wenn man hier so steht. Ich will gar nicht auf die Sitz-Tribüne, obwohl man da gut gucken kann. Aber hier sind wir eine Familie und gut ist. Der VfB Lübeck will die Fantribüne nun aufhübschen lassen. Das Lübecker Bauamt macht nur eine klitzekleine Einschränkung. Der Fankreissprecher zitiert. Der Blog darf nicht als Fanbereich genutzt werden, wegen der besonderen Gefahrensituation. Fan-Blog ohne Fans? Zu gefährlich? Das bleibt für uns etwas rätselhaft. Die Aktionen, die wir vorher hatten, werden so oder ähnlich hier auch stattfinden. Wir werden durch Gesänge anfeuern, insofern ändert sich da eigentlich gar nichts. Das ist der Punkt, der für uns sehr rätselhaft erscheint. Hm, komisch. Und dieses Rätsel wollte das Bauamt leider nicht auflösen. Keine Auskunft, laufendes Verfahren und so. Aber immerhin hat das Bauamt die niegelnagelneue Tribüne genehmigt. Mit schickem Dach für 210.000 Euro, aber eben ohne Fans. Dabei würden die sogar Geld dazugeben. Da gibt's im Moment ein Guthaben von 23.500 Euro, wir haben auch schon mal so Gelder reingesteckt. Dann kommt die Arbeitskraft, die Zeit, die wir noch reinstecken können bei Arbeiten, die wir ausführen können. Nett von euch, aber ihr müsst trotzdem draußen bleiben. Selber schuld, wenn ihr Fans seid. Wo sollen denn die Fans hin? Das ist ja gerade hier so ein Blog für die Fans und da man den anderen Blog ja schon für die Gäste genommen hat, sollte das eigentlich so bleiben. Ja, aber das Bauamt hat doch auch recht. Fußball ohne Fans ist viel angenehmer. Kein lautes Gebrüll, keiner verschüttet Bier und diese nervigen Fahnen versperren nicht die Sicht. Ist doch super. Dann kaufen nur noch die Leute Tickets, die keine Fans sind. Ohne Schal, ohne Interesse und diesem Krimskrams. Würden Sie den Schal dann ablegen, damit Sie in den neuen Blog kommen dürften? Nö. Warum nicht? Ich möchte den behalten. Wenn es unbedingt sein muss, besser als gar nicht, aber lieber würde ich natürlich mit Schal daran. Ohne Schal? Nö, den bin ich um, fertig. Gut, dass wir solche Krawallfans bald nicht mehr im Lübecker Stadion sehen müssen.